Hallo, wir sind die Sissi, die Verena und der Raffael und wir sind für die inhaltliche Gestaltung des MUX verantwortlich. Mein Name ist Gerald Futschek, ich leite hier an der Technischen Universität das Institut für Softwaretechnik und interaktive Systeme. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserem MOOC zum Programmieren lernen begrüßen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem MOOC Programmieren im Processing. Mein Name ist Elisabeth Wetzinger, ich bin Universitätsassistentin an der Fakultät für Informatik an der TU Wien und habe die Koordination für diesen MOOC übernommen. Mein Name ist Lukas Krenkl, ich studiere zurzeit Software Engineering im Masterstudium und wir befinden uns hier an der TU Wien im vierten Bezirk und hier hinter uns ist das Gebäude, wo Sie vielleicht auch ein bisschen Zeit verbringen werden. Hier befindet sich nämlich die Fakultät für Informatik und genau genommen auch das Informatiklabor. Lukas und ich werden gemeinsam durch die Videosequenzen in diesen MOOC führen und wünschen euch jetzt schon viel Spaß, viel Freude und kreatives Programmieren. und dann auch Vielen Dank.